Sooo, kommt es noch in den Aufnahmen von 4Games? Noch eine Aufnahme oder was? Ja, noch eine Aufnahme, diesmal bei Call of Duty Advents Warfare Multiplayer Oh, Black Ops 3! Errobert und verteidigt die Flagge! Die wird gesichert! Ja, ja, aber komm! Ja, Black Ops 3 natürlich! Ja, auf jeden Fall wüsst du es auch dabei ab! Auf jeden! Yusuf ist schon ganz heiß drauf! Er hat schon die Beta-Version bestellt! Nein, nicht Beta, äh Test-Version! Yusuf, was war das Thema, was du bestellt hast? Beta? Test oder Beta? Ja, Beta hat schon Yusuf bestellt! Und Yusuf, wie ist das Spiel? Ja, wie soll ich es sagen? Geil? Immer das gleiche, immer die gleiche Bescheidung! Aber man kann, man kann spielen! Weißt du? Bis Level 5! Seine Hand hat kein Bock! Bis Level 5! Hehehe! Oh shit! Ach, kacke! Wir müssen noch Dingster zum Nether gehen! Scheiße! Ich schau's! Oh ja! Nether müssen wir auch mal rein! Ah fuck! Starte Vorräte! A wird gesichert! Kinder, wisst ihr was wir eigentlich machen könnten? Unsere Nether-Dingster! Äh, wo wir unsere Nether-Power-Platz sehen! Wo denn? Nicht einfach mittendrin! Lass du den Baum auszumachen! Im Baum ist dann unser Nether-Dingster! Ja, wir machen das! Da? Ja! Oder sollen wir wieder mittendrin machen? Ja! Oder eine fliegende Insel und da drauf! Okay, so! Ja, okay! Ja, Innovation, Innovation! Von wo du deine fliegende Insel! Ja! Ja! Das bringt uns ab jetzt! Ja! Hehehe! Halbzeit! Ich hab immer Angst, dass ich nicht aufmüge! Bist du gerade auf? Ja! Nein, weißt du! Hardcore Herrschaft! Ah, komm! Genus! Äh! Nichts! Mann! Weh gesichert! Feindlicher Paladin kommt! Wir verlieren Bravo! Vorräter unterwegs! Wir haben Bravo verloren! Wir haben Bravo verloren! Wir sind halt! Wir haben Bravo! Wir haben Bravo! Das ist alles zu schnell! Man kommt nicht mehr zum Messer! Und das ist nicht schaß! Wir verlieren Charlie! Man kann doch auch gar nicht messern bei etwas! Wenn sie auf einmal muss! Wir haben Charlie verloren! Ah, Kopf und Boxen! Der Feind hat C! Alpha gesichert! Drohnenaufklärer in Bereitschaft! Verbündete Walker-Panzer kommen! Unsere Drohne ist online! Achtung! Feindliche Vorräte! Vorräte bereit! Charlie wird gesichert! Feindlicher Akkippschlag kommt! Wintherkoll! Wow! Vorräte! B wird gesichert! B wird gesichert! Bravo gesichert! Woh! Dein Haus wird echt krass aussehen. Also, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, dein Haus sieht ziemlich scheiße aus. Ich denke, ich muss trofos Tempel bauen. Verbündete Drohne über uns! Wettke, bitte mau! Wettke, sicher drauf! Die denke ich nicht so scheiße aus, um ehrlich zu sein. Ich brauche diese roten Steine links. Verbündete Drohne über uns! Das sieht eigentlich nicht so scheiße aus. Aber ich finde die Gänge irgendwie zu klein, also die sind so engliger. Das hast du schon einfach gemacht, ja. Also die Gänge, ich nehme an, wir haben zwei. Also, du musst schon so planen, dass du eigentlich schon so trug platzieren kannst. Also, hierhin kannst du ja ruhig platzieren. Du hast ja Freiraum. Ich habe ja auch nichts da oben geplatzt. Ja, eine. Das heißt schon. Wir haben Alpha verloren. Unsere Drohne ist online. Nur das hier verstehst du bei dir. Warte. Was dann? Guck mal, der hier ist so, äh, die hier sind waagerecht. Der hier ist... Ach so, ja. Verstehst du? Das sieht kack aus. Nein. Du musst an die Seite gucken. Ja. Ja. Wo bist du? Ich brauche die Eier. Markiere Koordinaten für Vorräte. Verbündete Walk-Up als er kommt. Wieso? Die Eier sind weg. Die... Er hat es selber benutzt. Kam nicht mal einen Dings raus und holen. Alter, Jusum, gib mir doch die Eier. Du hast mich nicht gefunden. Was brauchst du überhaupt da ab, Alter? Brauchst du Steine ab? Was ist denn Luffy für eine Hölle? Du hast wo irgendwas? Was? Ich gucke irgendwo. Ja, du musst aber so einen Gang machen. Wir müssen schon tiefer, Alter. Geh ich doch. Alter, guck mal, ey. Drück mal F3. Das ist so tief. Das ist überhaupt nicht tief, Alter, wo du gerade bist. Tief ist, wenn du erst bei 12 oder so bist. Ab 12 kannst du einfach nur straight Dumbudel. Ah, da muss ich halt Fühner suchen, ey. Wieso machen? Entweder... Ja, ich geh einfach nur Eier suchen. Ach, Mann, nur noch eins. Alter, nur ein Strich. Fast jetzt, fast übernommen, ey. Wir haben C verloren. Feindliche Drohnen über uns. Alfa... Fast super, aber jetzt, ey. Der Feind hat C. Wir hätten fast B da. B. Drohne bereit. Unsere Drohne ist online. Alter, vor meiner Haustür sind... ...sehr viele Zombies im Flügel. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich muss irgendeine Dutzung so fackeln oder so platzen, glaube ich. Die Runde geht doch so hoch. Da ist ein Tühner, da ist ein Tühner. Zwei Tonnen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ein Ei. Ein Ei. Ein Ei. Danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Tschau. Tschau. Tschau.